Guten Tag, du politisches Kleinkind. Wo kommst du denn jetzt her? Ich bin Teil deines Über-ichs und sehe auf dich herab. Bist du nur in Erscheinung getreten, um mich zu beleidigen? Nein, nicht nur. Ich habe gehört, dass du die CDU wieder auf einen konservativen Kurs bringen möchtest. Das ist richtig. Unsere neue Ausrichtung heißt Merz Konservativ. Ein grandioser Scherz, Merz. Ja. Ich nehme an, einen ebenbürtigen Witz hast du zuletzt heute Morgen im Spiegel gesehen. Auch das ist richtig. Da gab es heute nämlich einen rückblickenden Artikel über dich. Aber zurück zum Thema CDU-Erneuerung. Ich denke, das wird als zweite Merz-Revolution in die Geschichte eingehen. Zum Beispiel das Thema Gendern, das werde ich ausmerzen. Da sind wir vehement dagegen, zumindest im Moment. Ich weiß nicht, hast du das Thema noch so richtig mitbekommen? Nein, was zu Merkel ist das? Das ist eine Sprachvergewaltigung, um nicht das generische Maskulin zu verwenden. Als Beispiel nehmen wir folgenden Satz. Jeder, der seinen Verstand verloren hat, wählt die Grünen. Das wird dann gegendert zu folgendem Satz. Jede er, die der ihren seinen fähr. Hast du einen Schlaganfall? Nein, ich gendere. Okay, hier ein einfacher Satz. Stichwort PISA-Ergebnisse. Die Schüler haben viel ungenutztes Potenzial. Wird zu. Die SchülerInnen haben viel ungenutztes Potenzial. Wie die SchülerInnen? Gibt es da einen Unterschied zu den Schülern außen? Äh, lassen wir das. Anderes Thema, Familienpolitik. Hier sind wir deutlich konservativer eingestellt. Und ich äußere sogar öffentlich, dass es vor allem zwei Geschlechter gibt. Vor allem zwei? Was soll das denn heißen? Also die feuchtfröhliche Wissenschaft sagt, dass Geschlecht sozial konstruiert sei und nicht binär. Also nicht Mann und Frau, sondern ein Spektrum. Wie absurd ist das denn? Ähm... Ist etwa BSE zurück oder wie erklären sich diese geistigen Kurzschlüsse? Ehrlich gesagt versteht das Thema in der CDU auch niemand. Aber wir wollen natürlich nicht queerfeindlich oder transphob sein. Äh, wie bitte? Deswegen waren wir auch bei dem Selbstbestimmungsgesetz nur sehr kleinlaut kritisch. Selbstbestimmungsgesetz? Was ist das jetzt schon wieder? Durch dieses Gesetz wird das Geschlecht eines Menschen nicht mehr biologisch verstanden. Stattdessen kann man sein Geschlecht frei wählen, es selbst bestimmen. Zum Beispiel könnte ich auch eine Frau sein. Äh, du müsstest eigentlich erst meinen Ausweis kontrollieren, um sicher zu sein, äh, wie ich mich identifiziere. Ich merke auch, ohne deinen Ausweis zu kontrollieren, dass du keine Eier hast. Was ist denn jetzt die neue konservative Ausrichtung? Was bewahrt ihr denn überhaupt? Uns selbst, die CDU. Du weißt doch, wie das ist als Konservativer. Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Das gilt auch für uns, nur in anderem Tempo. Ich würde sagen, da macht das Trans-Thema den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Mir wird schlecht. Also zur Abwechslung mal keinen Kohldampf? Sehr witzig. Ich sehe, die CDU ist zu einer Herde von Merzvieh verkommen. Hm. Ich habe genug gesehen. Abonnieren für blühende Landschaften.